Herr Dornow oder irgendein Typ sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ich widerspreche und sage doch, es gibt auch, wo scheinbar alles nach Untergangsschreit, Sachen, die etwas Gutes in sich tragen. Lothar König ist heute mein Gast. Fast 30 Jahre lang hat er die junge Gemeinde in Jena geleitet. Herzlich willkommen, Herr König. Sie sind auch angegriffen worden von Rechtsradikalen. Wir haben heute eine große Narbe auf der Stirn. Das waren die 90er Jahre und das hat sich tief bei mir eingeprägt. Hast du den Eindruck, dass sie hier nicht mehr können? Sag mal, so eine richtig scheiß druckerliche Demo war das. Das sage ich dir jetzt schon. Und was ist denn daran affiniert, wenn sich so ein Nazi da hinstellt und sagt, wir sind die Vertreter der Friedlichen Revolution? Ja, so heißt das vor der Ruhestand, das war dann, dass ich mich erst mal gewöhnen muss. Ach, wie wir arbeiten. Wenn das eben mitten in mir einer Ersaufen tut, dann drehe ich mich nicht um und gehe weg, sondern springe ich da rein und versuche, denen zu helfen. Sie sind mit Ihrem Lautsprecherwagen zu vielen Anti-Nazi-Demos gefahren. 2011, nach einer Demo in Dresden, sind sie unter anderem den Landfriedensbruchs angeklagt worden. Wie viele Leute sitzen im Gefängnis, weil Polizisten gelogen haben. Wir werden die Willen nicht aus der Welt schaffen. Ich glaube, ich will da auch. Das gehört zu uns Menschen nicht dazu. Nein, nicht mehr! Nein, nicht mehr!